Ausbildung oder Studium? Wirtschaft oder Technik? Hochschule oder Unternehmen? Bei der Beantwortung dieser Fragen soll die Praxis4U helfen. Im TZU hatten Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse die Möglichkeit, Berufe im Bereich MINT, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik kennenzulernen. An praktischen Beispielen erklärten Auszubildende von Oberhausener Unternehmen den Schülern ihre Arbeitswelt. Am Stand des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnikumsicht gab es für die Schüler beispielsweise einen computergesteuerten Roboter zu entdecken. Zudem haben sich die GSI-Gesellschaft für Schweißtechnik, das katholische Klinikum Oberhausen, die Stadtwerke Oberhausen, das Unternehmen Purmetall, die Sim Scientific Instruments Manufacturer sowie die Wirtschaftsbetriebe Oberhausen vorgestellt. Bei der Contact GmbH durften die Schüler in die Arbeitsabläufe des Stadtfernsehsenders OTV hineinschnuppern und sogar einen eigenen Beitrag produzieren. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung sowie der Hochschule Ruhr-West.